Das nenne ich mal ein Touchscreen. Satte 11 cm misst das HD2 in der Diagonalen. Damit übertrifft das jüngste Smartphone von HTC locker die gesamte Konkurrenz, inklusive iPhone und Toshiba TG01. Dabei ist das Gehäuse nur minimal größer als das iPhone und sogar kleiner als das TG01. Möglich wird dies durch die enorm schmalen seitlichen Ränder, sodass fast die gesamte Front als Touchscreen genutzt werden kann. Außerdem ist das HD2 super dünn. Der Akkudeckel besteht aus einer soliden Metallplatte, die bombenfest sitzt. Alles in allem eine sehr gute Verarbeitung. Das gilt auch für die recht kleinen, aber gut zu erreichenden Tasten hier unten für Telefon, Homescreen, Windows, Zurück und Tastensperre. Wie man hier sieht, gibt es einen schicken Startbildschirm mit Uhrzeit, Wetter und Kalender. Die riesigen Icons hier unten kann man frei belegen mit Funktionen, Lesezeichen und Kontakten. Die ersten drei sind direkt sichtbar. Für die restlichen sechs muss man nach unten scrollen. Durch die einzelnen Rubriken blättert man entweder mittels horizontaler Bewegungen oder man lässt den Finger über die Hauptmenüleiste hier unten gleiten. Das klappt alles wunderbar flüssig, nicht zuletzt weil ein 1 GHz Prozessor verbaut wurde, der momentan schnellste Handychip weltweit. Zum Vergleich, die bisherigen HTC-Geräte, auch bekannt als XDAs und MDAs, verwenden Prozessoren, die nur halb so schnell sind. Das HD2 arbeitet unter dem neuen Betriebssystem Windows Mobile 6.5. Mit einem Klick auf das Logo hier oben gelangt man auf die Windows-Seite mit angenehm großen Symbolen, die man mit dem bloßen Finger antippen kann. Hier finden sich neben den im HTC-Menü bereits verlinkten Funktionen wie Kalender oder Kamera auch zusätzliche Programme wie Office, Facebook oder Google Maps. Der Riesenmonitor eignet sich hervorragend zum Lesen von Webseiten, insbesondere im Querformat. Zoomen kann man entweder per Doppelklick oder stufenlos wie auf dem iPhone, indem man zwei Finger spreizt. Die zweite große Stärke des Monster-Monitors sind Videos. Selbst Clips mit sehr hoher Datenrate werden absolut ruckelfrei wiedergegeben. Wobei nicht nur die Größe des Bildes beeindruckt, sondern auch die hohe Auflösung, die eine fotorealistische Anzeige ermöglicht. Damit taugt das HD2 auch als Entertainer auf Reisen. Platz genug gibt's ja dank Speicherkarten mit bis zu 32 GB. Nicht so optimal arbeitet die virtuelle Volltastatur. Die Schaltflächen sind zwar im Querformat ordentlich groß und ein taktiles Feedback bestätigt jede Eingabe, aber die Software erkennt nicht immer ganz zuverlässig, welchen Buchstaben ich da anvisiert habe. Fehler sind zwar selten, kommen aber immer wieder mal vor. Da habe ich schon bessere Touchtastaturen gesehen. Das war dann aber auch schon der einzige schwerwiegende Kritikpunkt, zumal auch die Einstellungen größtenteils mit dem bloßen Finger bedient werden können, so wie hier zum Beispiel die Funkeinstellungen. Nur der Dateiexplorer ist noch ein Relikt aus grauer Vorzeit. Pralle Ausstattung, solide Verarbeitung, intuitiv zu bedienende Touch-Oberfläche, da bleibt selbst mir wenig zu meckern. Und so überrascht es nicht, dass die Riesenflunder am Ende die gesamte Konkurrenz aus dem Feld schlägt. Das HTC HD2 ist unsere neue Nummer 1. Gratulation! Geräusche